Hallo, hier ist der Walter Pfisterer vom Arca Shop. Heute geht es um ein Produkt, bei dem, bevor man es jetzt kennt, sich fragt, brauchen wir das überhaupt? Wozu ist das gut? Und wenn man es dann kennt, dann fragt man sich, wieso gibt es das jetzt erst und wieso gibt es das nicht schon lange. Das Produkt heißt Quick Link Set. Das ist eine Verbindung, eine Schnellverbindung zwischen dem Stativ und dem Stativkopf. Arca Swiss hat ja seit vielen Jahrzehnten die Schnellkupplungen zwischen der Kamera und dem Stativkopf entwickelt. Also er ist ein Pionier auf dem Gebiet. Und das Schöne ist ja als Fotograf, wenn ich dann zu meinem Objekt komme, muss ich nicht lange umständlich die Kamera, die dann ja auch mal runterfallen könnte, hier um eine Schraube drehen. Nein, zack, zack. Ich fange an mit Fotografieren. So, und jetzt ist hier aber so, dass so ein Stativkopf, der hält zum einen mehrere Kameragenerationen. Also ganz bestimmt, ich habe heute noch einen Kamerakopf, der ist über 30 Jahre alt, von Arca Swiss. Wollt ihr wissen, wie viele Kameras ich bis heute schon gekauft habe in der Zeit? Aber den Kopf habe ich immer noch. Und diese Köpfe, die werden mit so viel Liebe und mit so einer unglaublichen Präzision hergestellt. Bitte, genauso wie die Kamera, Kopf in den Rucksack, geschützt transportieren und wenn man dann am Fotografieren ist, rausholen, drauf und zack, zack und los geht's. Es ist, wenn es so einfach geht, wie hier mit dem Quick Link Set gibt es ja auch überhaupt keinen Grund, es nicht zu tun. Wie ich schon gesagt hatte, das Anfangset heißt Quick Link Set. Das besteht aus zwei Teilen. Wir haben zum einen hier die Base und zum zweiten hier die Disc. Der Kopf hier, das ist eher für einen Portraitfotografen. Der Kopf, der Fotograf wird also für seine zwei Köpfe, zwei Discs benötigen. Das Set, das ich hier aufgebaut habe, das entspricht dann eher von einem Architekturfotografen. Ein Architekturfotograf will abends in der untergehenden Sonne, blauen Stunde, hat er im höchsten Fall ja mal 20 Minuten von einem Objekt zum anderen Objekt wieder zu laufen oder Schuss und Gegenschuss und kann dann ganz leicht. Kamera, Kopf, hat er tagsüber schon aufgebaut und zack, ohne neu nachzudenken, weil er hat es ja schon hergerichtet, kann er seinen Gegenschuss machen. Bessere Fotos, so einfach ist die Lösung und wir haben es. Und wenn ihr es bestellt habt, ihr es auch. Wenn ihr noch eine Frage habt, wie immer, ihr könnt anrufen, ihr könnt chatten und sie reicht dir immer. Bis dann und tschüss.